Ah, guck mal, ich glaube, ich kann hier später die Vogelscheuche rufen. Sieht für mich zumindest gerade so aus. Okay, ooooh. Gibt's auch ganz viele Sachen, die wir machen müssen, ey. Okay. Kann ich hier hochlaufen? Das funktioniert. Die alten Filme sind die besten. Kommt halt immer auf den Film an, würde ich sagen. Ey, was soll ich denn hier machen? Doch da geht's, glaube ich, in die Eishöhle, oder? Das hier. Dafür muss ich dann... Ich muss schon irgendwie, glaube ich, da so lang. Meine Güte, ist das eklig. Okay. Also. Hier komme ich nicht hoch. Interessant. Doch, ich komme hoch. Okay. Ähm. Ja, da ist die Eishöhle. Ich muss auf jeden Fall von da irgendwie da rüber springen. Aber ich muss erst mal da hoch. Okay, man kann da ganz komisch hochlaufen. Alles klar. Verstehe. Natürlich. So. Und nun? Spring ich da rüber. Du Scheiße, was ist das denn hier? Hm. 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 Duh, 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 du, duh, du, duh, du. Man. Guck mal. Da brächtest du Spikes bei all dem Eis. Ja. Aber ist das... Das ist schon wieder ganz komisch hier. Okay. Magie benutzt. Seht ihr das jetzt als Magie? Weil wir haben keine Magie verbraucht. Ich weiß nicht. Das ist das Zeichen, dass du in den Wassertempel gehen sollst. Stimmt, Eva. Ja, der Wassertempel brennt jetzt und steht unter Strom. Kein Problem für mich. So, pass auf. Ich mach jetzt Umfrage. War das Magie? Zack. Stimmt ab. So. Guck mal, wenn ich jetzt hier kein Feuer mitgehabt hätte, hätte ich das gleich nochmal machen können. Ja. So. Oh, shit. Okay, dann bloß 5 Minuten, ja? Wenn ihr sagt, das war Magie. Dann machen wir das so. Magie ist nur, wenn die Leiste weniger wird. Sind wir jetzt schon bei 30? Sind wir nicht bei 25? Ich weiß, ich bin grad... Ich bin grad nicht so richtig auf dem aktuellen Stand. Mann! Fledermaus! Alter! Junge! Ich mach das normalerweise immer mit der Wirbelattacke, diese Fledermäuse. Deswegen kacke ich grad hier so ein bisschen ab. Okay. Eva hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Möchtest du drehen? Und Becca ist ein Mitglied geworden. Ähm. So. Okay. Let's go. Oh-oh. Alter, keine Heilung. Na toll. Okay, also sind wir bei 30. Alles klar. Komm her, Fledermaus. Du kriegst es auf dem Nuschel. Wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, sterbe ich eh. Hallo? Da oben ist eine Skulti. So, jetzt müsste da drin Herzteil sein. Das wär toll. Ach man. Nur ein Kompass. So. Ich mach die gern mit feinem Bogen, wenn wir einen hätten. Ja. Wenn man einen hätte, ne? So. Okay. Tür ist auf. Äh. So, Skulti nehmen wir uns mit. Dann sind wir bei 37, glaube ich. Vielleicht ist ja 40 die nächste Zahl. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss doch mal endlich was passieren hier mit den Skultis. Ich will mal eine Geldbörse haben. So. Okay. Tür ist open. Wie sind das eigentlich mit den Eisenstiefeln? Okay, wir haben normale Eisenstiefel. Äh. Äh. Äh, noch mal Skulti. Wie gut. 38. Schön. Hoffen wir mal, dass es nicht wirklich ein Bug ist. Äh. Alles respawned. Ich geh wieder hier lang. Äh, was? Was ist ein Bug? Och, man. Oh, das ist mein Tod, Leute. Vor allem vier. Jetzt hat jetzt vier. Ich bin gleich tot. Ah. Das hat jetzt vier, vier, äh. Sicheln einfach dran. Du schaffst das. Na, natürlich schaffe ich das. Toll. Wird das. So. Ja. Ja. Plus fünf Minuten, Leute. Speichern. Ja. Komm mal zu mir. So, geht die Tür auf? Die Tür geht auf. Da ist gerade irgendwo eine Fee gespawnt, kann das sein? Hast du gespeichert? Ne, ich hab nicht gespeichert. Warum soll ich speichern? Ach, du meinten. Ja, das Spiel speichert doch theoretisch alleine. So meinst du, speichern? Ne, Safe State lohnt sich jetzt nicht. Ja, was soll ich machen? Ich bin hier hinterherkommen. Plätten Zwickmühle einfach nur. Ah. Gott. Tod Nummer 8 ist ein Anmarsch. Ich komm nicht hoch. Link, Junge. Halt dich jetzt fest. Mann. Link. Was machst du denn da? Jetzt. Danke. Oh Gott. Wo sind die Skuldi? Ich mach's nochmal spannend, ne? Ciao, Kakao. Danke. Danke für euer Vertrauen, Leute. So, ganz vorsichtig. Das ist doch ein Scherz. Also, ganz ehrlich. ich... Was soll ich denn da machen? Wie dumm. Oh Mann. So. Keine Schultertasten benutzt, das ist auch nicht cool. Lass mich wenigstens bitte in der Eishöhle spawnen. Das war jetzt aber nicht abzusehen, dass ich sterbe. Nee, gell? Gar nicht. Sonst darf ich keine Schultertasten benutzen. Mann. Tschüss. Gib mir Herzchen. Ich darf mich wieder heilen. Immerhin ist es kein Speer. Der Raum ist zu gemein. Der war echt eklig. Ja. Wenn sein guter Hack wäre, hätte er zumindest ein Custom Sound drin wie der Randomizer. Ja. Muss ich jetzt wieder alle Gegner töten? Nee. Tür ist offen. Gegner sind noch tot. Sehr schön. Okay, guck mal. Jetzt kann man mich auch völlig heilen in Ruhe, Leute. Guckt mal. Tja, Kevin, du hast jetzt echt leider eine supergeile Stelle verpasst. Muss ich echt gestehen. Das war echt richtig dumm. So. Wie? So? Wie? Wie zur Hölle? Ah, okay. Machen wir es so. Okay, Leute. Mal gucken. Okay, drei Treffer habe ich eingesteckt. Geht ja noch, oder? Äh, da könnte vielleicht ein Herzchen drin sein. Warte mal. So, Fledermaus. Herzchen, Herzchen, Herzchen. 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 So. Und, ähm. Ähm. Wann habe ich justiert? Äh. Hä? Der ist weg? Hat er das? Wo ist der Schiedsrichter? Man. Also, ehrlich gesagt habe ich gerade zum Justieren immer so gemacht. Hoffe ich. Das ist auf jeden Fall blaues Feuer. Wie komme ich... Wie komme ich denn da rüber? Na so hier. So habe ich gemacht. Kann ich da mich ranziehen? Ne. Äh, wie... So. Okay. Ich könnte versuchen... Klappt das? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Okay. Das klappt schon mal nicht. Ich muss irgendwie an das blöde blaue Feuer kommen, Leute. Du müsstest eine Kamera mit deinem Controller machen, damit wir dir auf die Finger gucken können. Ne. Wie gemein. Okay, jetzt gestirke ich es ein. Jetzt dürfte er bis 40 machen. Jetzt dürfte er bis 40 machen. Jetzt habe ich gerade echt das Schild benutzt. Mann. Das ist echt eine miese Stelle dafür. Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Habt ihr einen Plan, wie ich da hochkommen soll? Gibt es irgendwas? Was? Na klar. Der stößt mich ja sofort runter. Hymne der Zeit? Aber da bräuchte ich ja irgendwo... Ich bräuchte ja irgendwo Navi, oder? Navi müsste ja irgendwo hinfliegen und müsste sagen, hier, geht nicht. Ja, mit dem Auge der Wahrheit. Das könnte sein. Hier, warte mal. Ich bin. Versuch einfach mal zu springen. Hi, erst mal. Das ist... Okay, das funktioniert. Danke für den Tipp, aber... Das ist schon wieder so ein Selbstmordkommando, auf jeden Fall. Shit, ey. Nein, die Ocarina ist nicht auf der Schultertaste. Die Ocarina ist auf dem Steuerkreuz. Siehste doch. Ah, shit. Okay, ich... Ich bring mich mal kurz um, Leute. Es bringt leider nix. Es bringt leider nix. Ich komm ohne die Schultertasten grad nicht weiter. Jetzt geht's wieder rund. Link imitieren, ne? Das ist doch was Schönes. Das ist doch was Schönes. Das mag ich doch gerne. So. Plus ein Tod. Ja. Und, und, und. Ja. Das gefällt mir. Link imitieren ist doch was Schönes, oder? Und so muss das. Okay, die ignoriere ich hier, die Jungs. Die anderen Optionen wären Gift gewesen. Was haben wir noch für Optionen? Ich kann's leider grad noch nicht sehen. Bei mir ist das relativ klein. Keine Herzchen. Kein Flascheninhalt? Okay. Das ist ein Scheuer, ey. Das ist ein Scheuer, ey. Das ist ein Scheuer, ey. Oh, ja. Ja. Okay. Wir sind oben. Das war ne dumme Stelle. Achso, jetzt kommt's auch sehr wieder. Du machst das aber auch gut. Danke. So. Toll. Er sagt, das sei was Schönes. Es ist zumindest besser als die Schultertasten. Hör. Ah. Wie schlecht fühlen wir das mal vor. Ah. 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 Ja. Okay. Jetzt. Ah. Ja. Okay, geil. Ah. Feuer. Wir haben Feuer. Dü-dü-dü-dü. Okay. Au. Oh. Nein. Ist mir wieder runtergefallen. Oh. So ein Scheiß. Au. Au. Ah. Die Nachbarn klopfen wahrscheinlich gleich an die Wand. Die denken sich ihren Teil. So, Leute. Mit dem Herzteil. Also, ich bin der direkte Nachbar und finde das etwas verstörend. Scheiße, nur die Dungeon-Map. Hat der zufällig ein Herzchen? Ein Herzchen für Tiere? Nö, ne? Hup. Ah. Oder ruft die Polizei. Hup. Ha. Uah. Ja. Nein. Schlau's Feuer. Ah. Ah. Mano. Kotzt mich das an. Die Eishöhle. Hm. Toll. Ja, Leute. Ähm. Was soll ich jetzt machen? Ich muss Flascheninhalt benutzen. Sonst komme ich nicht weiter. Geht aber auch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Meike Dinger. Danke, dass du da warst. Wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. So. Ja, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, wir versuchen uns mal ein bisschen hochzuleveln. Also was heißt hochleveln, ein bisschen aufzuheilen. Dass wir vielleicht im nächsten Stream dann wieder rein starten können. Machen wir das jetzt auch bis zum Ende. Weil mehr lohnt sich halt echt nicht. Scheiße. Jetzt gucke ich halt das blöde Herz nicht ran. Das war mal meine Frage. Ja, genau. Aber da kann man jetzt halt nichts machen. Also entweder sterbe ich halt. Oder ich suche mir was anderes. Alternativ erstmal. Herzchen kriege ich aber nicht. Geht eigentlich wieder nur sterben. Kommt, hier diese Ecke, die ist so bescheuert. Nö, das ist angeln. Ja, gut, das Stream ist eh gleich vorbei. Aua. Ja, jetzt haben wir noch kein Schwert und kein... Was ist das andere? Kein... Alles, alles kacke. Alles kacke. Kein... Ich kann es nicht lesen. Keine Verbrauchs-Items. Okay. Flasche. Hm. Ich kann mich wieder umbringen lassen. Ich kann mich einfach wieder umbringen lassen. Äh... Äh... Okay. Kein Schwert. Versuchen wir mal unser Glück ohne Schwert. So, vielleicht ist das ja die Methode... Die am besten klappt. Sagt er. Hm, hm, hm. So geht es eigentlich ganz gut, ne? So. Wow. Diesmal nur einen Treffer abbekommen? Das ist nicht schlecht. So, jetzt müssen wir halt gucken, wie kommen wir da am besten durch ohne, dass wir uns... Treffen wir die Fledermaus? Nö. Okay, ich mach mal mit Krabbelminen. Vielleicht sind Krabbelminen die Lösung. Brauch halt einfach mal ein bisschen mehr Heal, Junge. Na toll. Shit. Jo, geil. Kizune möchte gerne drehen. Weil hat sie... Also für den Fall... Setze ich meinen Trainer vom anderen Stream ein. Ah, okay. Wir haben nur noch eins. So, keine Verbrauch-Items. Aber... Wir hatten ja gesagt, Flaschen... Flaschen zählen nicht dazu, richtig? Richtig? Oh, ist das eklig. Mann! Mann, 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 Mann. Ja, Rad ist resettet. Und wir sind auch wieder tot. Ja, ganz ehrlich, diese Stelle ist ja sowas von eklig. Ganz ehrlich, du musst hier irgendwie full live reingehen, damit du da halbwegs klarkommst. Ansonsten bist du hier einfach tot. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Also, wir haben es heute wieder geschafft. Unseren Death-Counter in der... Keine Magie, okay. In den letzten... In der letzten halben Stunde um vier zu erhöhen? Um fünf. Um fünf zu erhöhen. Ein Herz für Link. Ja, bitte. Komm schon. Mann, die geben ja auch keine Herzen, ne? Das ist doch eine gute Wahl. Ich habe das mit dem Imitieren auch mitbekommen. Ah, Dankeschön. Jetzt geht das wieder los hier. Gebt mir Herzchen, Leute. Oh, ich ignoriere die, oder? Ich brauche Herzchen, Leute. Ich weiß nicht. Wir können vielleicht einen anderen Abschnitt versuchen. Versuchen wir jetzt einen anderen Abschnitt. Fertig. Ich will da eigentlich... Nein, nein, Skulti gibt es da noch, ne? Ich glaube, mehr ist da gar nicht mehr. Eine Skulti und dann sind wir eigentlich durch. Frage ist, brauche ich hier noch mehr Feuer? Was? Er ist schon über der Zeit. Nö. 40 wurde gesagt. Hä? Ich habe halt nur eine... Ich verstehe die Augen nicht. Ich muss die, glaube ich, nochmal mit dem Bogen herkommen. Nur in drei Minuten erst. Stimmt. So. Aber hä? Okay, das ist auf jeden Fall geil. Ich habe dich im Auge. Warte mal, die... Das hier kann ich auf jeden Fall erstmal Umfrage beenden. So, das machen wir jetzt an. 18 Stimmen waren... Also 18 Umfragen... Äh, 18 Stimmen. Und 72 waren dafür. So, so, Leute, ja? So, so. So ist das also. So, jetzt, komm, wir sind full live. Jetzt probieren wir die Scheiße nochmal. So. Das machen wir jetzt als letzten Akt. Ey, komm. Ich möchte die Skuldie noch haben. Ich glaube, da war eine Skuldie. Unterm Eis. Wir haben jetzt blaues Feuer. Äh, aber... Ich brauche mehr Flaschen, ganz ehrlich. Ich brauche mehr Flaschen. Für solche Situationen auf jeden Fall. So. Danke für nix. So, der ist tot. Bomben nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm schon, ey. Das kann doch nicht wahr sein hier. So, keine Magie benutzen. Das ist auf jeden Fall... Aua. Okay. So. Jetzt sind wir hier. Wir kriegen sowieso die ganze Zeit nur auf dem... Ja, genau, auf dem Bobs. So. Zack. Feuer. Jetzt haben wir schon mal das geschafft. Ja, Alter. So. Zack. Zack. Skuldie. So. Ich wollte den Raum noch abschließen, Leute. Jetzt habe ich es. Ja? Wenn du genug Herzen hast, dann ist dieser Raum auch kein Problem. So. Zack. Zack. Skuldie. 40. Wir haben 40 Skuldies. Jetzt nehme ich mir hier wieder ein Feuer mit. Jetzt läuft es nämlich. Jetzt merkt das, ne? Jetzt läuft es ja. So. Da hast du dich echt tapfer geschlagen. Alter, diese Eishöhle, die ist ja die Hölle, ey. Ist ja super krank. So. Hoffnung, Kakariko, bekommst du jetzt Belohnung. Ich hoffe auch. Für 40 Skuldies? Oder vielleicht dann erst für 50. Aber ich hoffe auch für 40. Das wäre toll. So. Kannst du für mich noch einmal im Rad drehen? Hebst du lieber für nächste Woche auf, weil wir hören jetzt sowieso gleich auf. Mit dem Stream. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, Jens. Hebst du für nächste Woche auf. Mach mal so. Weil... Lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr für dich, glaube ich. So. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war es nämlich mit dem Stream für heute. Ja, ist auf jeden Fall eine Horrorhöhle. Ähm. Ich hoffe wirklich, wir werden hier den Bogen finden. Aber diese ganzen Augen geben doch einen guten Hinweis darauf, ne? Vielleicht müssen wir die auch alle abschießen. Diese Augen. Vielleicht ist da irgendwo noch eine Schatzkiste versteckt. Und... Ähm. Ja. Leute. Freue mich, wenn ihr den nächsten Samstag 18 Uhr wieder einschaltet zu einer neuen Runde. Ocarina of Time Gold Quest. Und, äh. Dann wird wieder gedreht fleißig mit dem Rad der Zeit. Oder mit dem Death Reel. Mit dem Rad der Zeit. Ha. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Vergesst nicht zu liken, wenn ihr es noch nicht habt. Abo dalassen. Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda Junge. Tschüssi. Tschüssi. hero Hopefully. tiedetingsi. Der Mit